Ich finde es aber insgesamt wird sich die Amis immer zu verarschen auf Deutsch. Wir bringen denen ja gerne Deutsch bei. Weißt du? Also Amis, die wirklich keine Ahnung von Deutsch, weil wer hat schon Ahnung von Deutsch? Die wenigsten Leute sprechen Deutsch. Keiner kennt auch nur irgendeinen. Da kennt man ja schon eher so Französisch oder was auf Italienisch. Auf Deutsch kennt nur echt keiner was. Das ist die komplette Geheimsprache. Naja, ich hatte gestern ein Fotoshooting mit einem so einem Ami-Fotografen. Ja gut, aber es gibt so ein paar Leute, die so einen Ami-Fotografen sagen. Und die kennen dann so, einen aus Stuttgart. Ja, genau. Oder die sagen so, wie einer Schnitzel. Oder sowas. Die werden auch immer beim Aussprechen dann direkt total aggro. Oder Oktoberfest. Genau, das machen immer alles, reden alle so in einer normalen Tonlage. Und auf einmal so, Oktoberfest. Ja, ja, die sagen immer so, oh, I know something. Ich möchte Schnitzel essen. Warum werden die immer so aggro beim Sprachen da? Ja, ich glaube, für die Leute klingt das aggro.